Mein Name ist Simon Wittmer. Ich bin bei der IBF Akademie tätig als Trainer für Verkauf und insbesondere Verkauf in den neuen Medien im Internet. Mein erlernten Beruf ist Kaufmann Treuhand und das hilft mir dabei, sowohl das Ganze im Auge zu behalten, wie auch auf Details zu achten. Wenn es mit mir zu tun hat, dann zeige ich Ihnen eine ganz andere Welt vom Internet, eine, die Sie für sich nutzbar machen können.